Dieser Job ist physisch, manchmal auch anspruchsvoll, also wenn man viel Kisten heben muss. Also wenn ich selber Fehler mache, dann ärgere ich mich wahnsinnig. Weil die meisten Fehler, die ich mache, passieren einfach nur aus Unkonzentriertheit oder weil ich nicht umsichtig genug bin. Gerade wenn viel zu tun ist, dein Ausstellungswechsel ist, ist es nicht gut, wenn man alleine ist. Pause! Ich liebe einfach Kunst. Das ist natürlich das Schöne an meinem Beruf, dass ich mit den tollsten Werken abendländischer Kunst und Kultur hier in Berührung komme. Das, was man im Museum sieht, ist wie beim Eisberg, nur die Spitze. Also das, was in den Präsentationen gezeigt wird, in den Räumen des Museums. Und das ist wie beim Eisberg. Also da sieht man auch nur ein Zehntel des gesamten Berges und der Rest ist unter Wasser. Und bei uns ist es so, dass die Restzeit in den Depots ist, in den Lagerraum. Musik 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 Musik